Willkommen zu einer neuen, entschuldigen Runde WeWi Burning Crusade von Blizzard Entertainment So, solange die da oben ist, können wir die mal machen Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, hier zu warten Die eine Minute Warten bringt hier immer was Mir geht es darum, dass das wieder da ist Dass wir die zur Stille rufen können Ja, jetzt Monoclon Sämtlichen Mut zusammennehmen Siege hochfahren Attacke Weiter Ab, Schnauze knapp Ähm, okay Ich habe da vielleicht ein bisschen übertrieben Aber Level 11 Elite macht normalerweise richtig Da haben wir bei den Tauren mehr auf die Fresse gekriegt Oder beim Tauren Wenn ich jetzt hier daneben springe Kriege ich auch auf die Fresse Dann falle ich auf die Fresse So Nice Wir haben eine Elite gelegt Da habe ich mich gar nicht getraut Alt Y zu drücken Um die Hier auszublenden Hier oben Quatsch Der ist schon hinter uns Hier ist der Habe ich mich jetzt richtig gedreht Ne Zu weit War ist er Da Ach, ich habe gedacht Wir sind hier oben irgendwo Von der Karte Ui, da habe ich mich aber verdreht Da ist die Kiste Ja, dann müssen wir das hier natürlich auch gleich alles noch mit erkunden Und wieso wird mir das hier nicht mehr als Name angezeigt? Das war auf jeden Fall mal Also wirklich mal Denn der Raum, ob den ich jetzt gerade suche Darum nehme ich auch Ne, Quest Ah, Venture Co Wasserbrunnen, da wird mir hinten Jawohl So und was Hier soll der Ich dachte, hier läuft der im Kreis Okay Und wir gucken uns mal den Kreis an Ob der da wirklich ist Ist ein heller Wolf Kein Präriewolf Alpha So und ein Ramob Ach, der ist hier noch weiter Da wird sogar hier schon angezeigt So So, sind wir schon auf dem Kreis? Nein Sind wir jetzt schon auf dem Kreis? Ja Jetzt sind wir auf dem Kreis Jetzt müssen wir hier im Kreis laufen Und gucken Die Richtung Die Richtung Nö 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 Ist immer noch recht zu los Die Richtung Ja Hier ist nix Hier ist nix Hier ist nix Jetzt doch hoch Hier ist nix Nö Hier ist noch was dahinter Nö Wann muss da Und krass Epic Los Nein Eine Schokoladentafel Oh, das ist mies Die würde ich jetzt gerne essen Eine ganze Tafel Schokolade So, okay Wir haben hier geguckt Hier ist nix Dann rennen wir jetzt hier hoch Zu der Stelle Ja, gib mal Gas, Junge Gas, Gas Ja, dazu müssen wir gerade laufen So, wenn ich hier permanent ausweichen muss Kann ich natürlich auch nicht schneller laufen Das Gezuckele hält sie ja dann im Kopf nicht aus So, hier um Oh, ist noch nicht mal hoch genug Aha Also ich kannte nur hier so In dem Umkreis Oh, Küste Wir werden den nie finden Wenn ich so weitermache Ich immer wieder irgendwas anderes finde Da oben drauf Müsste ich mich durchschloppen Nein Das tue ich euch nicht ein Sieht das aus wie eine Tafel Schokolade Okay, das sieht eher aus wie ein Eis nach Marke Fehlt noch der Stil unten drunter Auch so wie das angebissen aussieht Aber Tafel Schokolade Das könnte auch ein Metallblock sein Okay, wenn dir Blizzard eine Tafel Schokolade schenkt Nicht essen Du brichst dir die Zähne aus Aus ist ein Stil unten dran Dann ist es ein Eis Ja, selbst da wäre ich vorsichtig Wenn dann auch so ein Stahlblock beißt Der aussieht wie Eis Ding Aber solange es noch Ding macht Geht es, ne Wenn es klickt Macht ein zahn ab so hier auch nicht ich würde die sommer oben drauf guckt und dann ist nur noch hier runter lag außer wir haben ganz tolle pech und der ist nicht da dem ist jetzt immer gekriegt immer aber es ist halt auch euren mob wenn hier gerade jemand gemacht hat denn ist er auch meine ich da obwohl hier auch alle mobster sind das ist jetzt nach links da ist er! da ist er! geiströhler! danke dass du mich abgelenkt hast oh das ist ja mal eine ganz andere gute da zeige ich es auf der map und der rennt ja noch weiter können wir ruhig mit dazu ziehen schnauze knapp hau zu! looten nicht vergessen jetzt aber nice ja dann fangen wir es auch schneller um oh zu spät und da haben wir es annehmen da ist das quest-item joo dann komm prügel dich durch die mitte sonst ziehst du nur zwei das wär blöd ein bisschen ach jetzt ja 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 quitsch ruhig müssen wir hier schon irgendwas abgeben oh ja schon zwei quits machen wir auch gleich falls wir irgendein video folgequits bekommen ach so das hatte ich mich beim letzten mal schon gewundert ne dass die aufzüge fehlen die spornas wenn wir von der bluff betreten die gehören wahrscheinlich damit dazu und da pop so der ist gerade oben dann können wir gleich zu dem gehen in tb rechnet's in donnerfels und draußen immer woher nicht stolze leistungen blizzard ja wenns drinnen stürmen würde ne mit nem blizzard da hat wer ist jetzt müssen wir mal aufmachen nicht dass ich vergesse zu verkaufen können wir das verkochen ja aber bringt uns nix boah ist das viehzwecks gütenmeister nein täuschenverkäufer nein waffenmeister ja mit dir auch dankeschön friede sei mit euch ja 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 eher fliegt alles raus wir sehen uns wieder ach so hier die kriske mal gleich mal annehmen 6 azurblaue und so aber wenn es regnet leckt es hier drinnen wieder wir können ja eigentlich auch mal ins auktionshaus gucken das mache ich offline genau das verkaufe ich offline was haben wir hier spendet wolle nein ein höhe der jäger müssen wir geister ja immer mit schlangen blauen nein nein instanz kommen wir von hier aus zum jäger ja das sieht gut aus gut dann machen wir nämlich eine rundreise gehen hier hoch da lang das 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 runter genau so da plan hier regnet es nicht war ja weiterynen hier rechnen die zwei gorglP Na, nö der Jäger wer bist denn du T lavoro? nö, passend zu dem Jägern ja, ja, ja ich habe euch erwartet quest beenden sprecht beim wegegrößen mit sehr gerade dunkeldung dunkeldung auch dunkelhund sehr schön nochmal für einen tauren mit einem dunkelhund ideal für ein roleplay sozusagen ich bin kern steht über der bluthoof tauchen der steht auch da oberhalb liegen okay winken kann ich auch nur nicht so schön über dem kopf ich habe nämlich eine kaputte schulter weißt du und da kann ich nur cool aus dem armgelenk da arachir sommer jawohl sommer kaputt machen machen schön dass man die quiz gleich haben na komm hier nehmen wir mal gleich eine nase voll das vertreibt kummer und sorgen an dem regnerischen tag nein das sind natürlich keine drogen das ist nur ein bisschen pfeifentabak war das jetzt doppelte verneinung damit ist das ja nein ich meine wirklich das war nur normaler tabak so was willst du mir hier sagen hamo ule ule totem die oasen spricht beim wegekreuz mit tongo eine extra quest geil die du sonst nicht kriegst wenn du hier oder wenn du von dort erst hierher geschickt wirst dann sind das wie folgequests kunkras so und noch irgendwas da reinziehen ich glaube auch mal stehen genau das nämlich redschreie und das ist wolle nee das wollten wir noch heißt wir gehen da drüben lang ja habe ich ja gesagt wir gehen runde ne und von hier sind wir gekommen heißt hier schön weiter kupfer da unten runterspringen vom geister da hinlaufen hier wird brot und hier steht nichts doch eine trommel kann man welche drüben trommel die wäre ich bestimmt nur raus geschmissen auf einer blöf Was ist denn das? Was ist denn hier drin? Hier wird Brot gebacken. Legen wir jetzt so fest. Das ist kein Brot. Aber stell dir mal vor, hier gibt es wirklich so eine Pfeife, wo du hier dran... Alter, oh ja, genau. Ja, so in der Art wird sich das einhören. Habt ihr hier oben eigentlich auch einen Logos, einen Clou, wo ich da mal gleich drauf gehen kann? Wenn es durchhaut. Erste Hilfe, nein, haben wir gelernt. Brauchen wir sonst noch was eigentlich? Ja, Dietzschgölten. Ja, ein bisschen Laufkontrolle brauchen wir. Bergbau ist immer so weit. Kumpfer und... Äh, Kumpfer sowieso, Brunze, Zinn, Silvair, Hammer. Angeln, Hammer, so weit. Erste Hilfe, Kochkunst, jo. Beißen. Klaris. Belegt den Anhänger. Jo, im Silvair, mach mal. Das da oben brauchen wir nicht. Schlamm, schlamm. Das machen wir erst, wenn wir wirklich die Wege gehen. Kleiner Tipp am Rande. Das ist auch davor zu holen. Da musst du nicht in die Indie unbedingt rein. Komm mal hier wieder ganz hoch. Nee. Was? Hier müssen wir hochlaufen, damit wir zum See kommen. Gross. Liegt die Ebene so tief? Ja gut, die Höhle, ja. Ja, ja, ja. Job. Denn das ist ja die tiefste Ebene beim See. Dann möchte ich nochmal nach ganz oben, bevor wir dann hier drüben weitermachen. Wir müssen ja den ganzen Weg wieder zurück. Äh, zu blau holen, damit wir dann... Nice. Denn hier ganz oben ist der Kochmuck. Dass wir hier nach Rezepten nochmal gucken können. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, ob wir die schon gekauft haben. Nein, haben wir nicht. Das haben wir. Haben wir auf der Bank? Nein. Haben wir auf der Bank? Nein. 175, 100. Lernen. Ja, guck. Die schalten wir schon aus dem Puppes. Das ist auch gut. Pups. Winde und so. So, hier. Fleisch. Totems. 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 Ah, ich habe das Richtige für euch. Den haben wir. Haben wir gerade gekauft. Sparke, irgendeine Route gibt es nicht. Die können wir uns holen von unserem... ...Jäger. Der darf die mal sponsern, weil der Ingenieur ist. Geht ins Leben. Ja. Kümmer. Nichts mehr. Dann müssen wir jetzt wieder nach ganz unten. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen, Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen wäre schön und über ein Abo freue ich mich riesig. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann aktiviere bitte die Glocke. Bis dahin, auf Wiedersehen und... Tschüssiikowski.